die aufnahme startet und gleich geht das flugzeug kaputt an dem baum hängen geblieben ach quatsch noch mal um die kurve so jetzt hier wie geht das los ich habe irgendwie schaden bekommen was auch immer oh Gott ja sieht gut aus lässt sich so kacke steuern äh mit machen halt so abgehackt wenn du jetzt noch wisstest mit was für einem gerät du das gerät steuerst ja aus der tour ja meine ich ja muss ich gerade konzentrieren ja 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 wer verliert am meisten der pilot natürlich na der verliert sein ansehen ja 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 ich bin Flo gewöhnt ja und das in der aufnahme ja er weiß nicht gemeint ist bestimmt ja ja wir wurden bloß von letztes mal von arglistigen bergen angefangen ja das stimmt ja genau macht den Motor aus hm Achtung Berg hui und Wanni neue Mitstreiter gefunden ja ich geh auch mal runter oh, 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 oh Ach. Ging noch was, hatten noch ein paar Zentimeter gefehlt. Bis nachher. Eho, gudes Gelenken. Ja, als Frau findest du mal sofort da mit Spielern. Ja, Ich habe zwei Brüste. Oh, ich spiele mit dir. Ja, genau. Oh, die Krähe. Das sah gut aus. Wollen wir jetzt mal landen probieren? Ja, wäre ich dafür. Das ist die Landebahn. Ne, wo ist die Landebahn? Dahinten. Wo ist die Landebahn? Versuch mal mit dem Flughafen. Rechts. Ja, ja. Rubberbanding. Ja. Bei mir war alles gut. Wahrscheinlich lag es an deiner Leitung. Wahrscheinlich, ja. Oh Gott, wenn du in den Ego-Perspektiven fliegst. Was? Ja, dadurch, dass ich hinten sitze, bringt mir das nichts. Ich sehe nur Sitze. Okay. Oh, ich glaube es ist zu schnell. Und zu hoch. Ich habe gerade einen Autopilot angemacht. Einen Autolandepilot möchte ich mal bemerken. Ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ja. Machst du das gerade automatisch oder was? Ja. Er fliegt gerade automatisch auf Bäume zu. Das ist uncool. Ich mache das mal aus. Ich mache das mal aus. Ja. 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 So, erstmal ein bisschen Speed wieder aufnehmen. Möchtest du hier nicht in die Bäume rein purzeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Landet noch nicht, keine Angst. Erstmal wieder rumdrehen. Probier das jetzt alles quasi manuell. Mit Tastatur, oh Gott. Mein erstes Mal übrigens, falls euch das weiterhilft. Und wir sind dabei, immer schön mit Gefühl, mein Freund. Ja. Ich hoffe du weißt, wie du mit dem Steuerknüppel umgehen musst. Hm. Irgendwie hängt er grad. Ja, ja, ja. Ja. Jetzt kommt er runter, jetzt kommt er runter. What? Der hängt, ich kann nichts mehr machen. Was ist denn das? Ja. Aber es sah gut aus. Bis eben. Ja. Äh, ja. Ich hab keine Ahnung warum. Ich konnte alles drücken, was ich wollte. Der hat nichts mehr gemacht. Und der Autopilot war aus. Jetzt hab ich meinen Helm verloren. Oh nein. Und nein. Mein Gilly ist weg. Viel schlimmer. Ich hab keine Ahnung. Da war. Da war.